Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur allerersten ungeschnittenen Matchmaking-Folge und zwar mit Big Wallen! Yeah! Hello! Ja, ich bin heute dabei. Also wir zocken eigentlich abends fast jeden Abend, oder momentan? Im Moment eigentlich ständig, genau. Ja, wir sind da hart dran an anderen wichtigen Dingen. Und das hier ist jetzt was, was dabei praktisch so entstanden ist, unter anderem. Ungeschnittene Matchmaking-Folgen, so wie ihr es immer wolltet. Oh! Oh, was? Das waren keine 800 Headshots? Okay. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht Ultra-Defresse poliert bekommen. Ähm... Es wird lockerer Uprank. Und ja. Hello. Hello Team. Hello Team. Hello. Hello. Let's go B. Okay, let's do this. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen direkt wieder gute Stimmung machen, hier für die, für die Sektors, die denken, wir sind die Fresh, die Carry Boys. Meistens ist es echt so, wenn man direkt die Kommunikation stimmt, dann hat man direkt ein gutes Gefühl. Mh. Da da da. Insightshot. Oh, nice. Nice, man. Fehl's denn? Oh, einer City. Nice. Alter, nice. Bro, was geht ab? Oh, noch einer City. Hoffentlich verliert Barbara nicht. Nice. Alles gut. Ich muss mal kurz meine Ärmel hochrempeln. Okay, die. Ich will auch noch einer Kille. Hey. Habt ihr mir doch das Huhn geklaut? Welche Farbe? Bist du gelb, gell? Ja, ich bin gelb, ja. Okay, ich bin green. Ja, alles klar. Da oben steht's ja. Wow, 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 wow. Ich mach das, Jungs. Chillt. Oh, cool. Oicy, dude. Fucking oicy. Alter, verweilter Mann. Das war, der war schon mal schick. So für den Anfang. Okay. Was sollen wir dann direkt... Die sind jetzt schon mal direkt impressed. Die sind... Let's see these guys. Ja, die sind ultra impressed. Was er will warten, ne? Wegen den Nates. Hab ich richtig gehört. Okay, let's go now. Ich hab den nicht so... Ich muss die ein bisschen lauter machen, glaube ich. Ich verstehe die ultra schlecht in der Vorhine. Das habe ich ja letztens schon festgestellt. Dass die Slices sind bei mir. Ice Mouth City. Okay, nice. Ich hab die Smouth. Oh, einer ist on spot. Oh, machen wir sind ab diesem Ding an der Pistole. Keine Sorgen. Das macht er locker. Das ist unser... Das ist unser... Boah, letzter. Die P90. Oh, Gott. Wo hat der hingeschossen? Gepanickt. Ich weiß nicht, warum du einen AK achten. Das ist der erste Punkt. Ich weiß nicht, warum du nicht... Das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, der AK hätte das eigentlich sein müssen. Okay, okay. You feel? You shouldn't die in the first place. Okay, okay. Okay, okay, okay. You shouldn't die. Man, you know what mean rush? You know what mean retake? You know how to play terrorist? Come on. Guys, wir können das machen. Come on. Easy win. Wir sind doch direkt dagegen fahren. Oh, Gott. Wie er explodiert, der Kerl. Ich würde sagen, wir gehen für first kill oder sowas. Dann rocken vielleicht ein paar Schniedelwürste weg. Oh, ich bin die Bombe. Ich bin nämlich grün. Die Bombe. Oh, fuck, man. Hat der Maid vielleicht ne Waffe gehabt? Oh, okay. Ah, jo, hat er gehabt. Gut, gut, gut. Der steht 100% an der Stair. Und nudelt uns gleich brutal in den Kopf. Lass mal Gisela vorgehen. Schaut, dass man die Hühner nicht schicken kann. Das wäre so cool, wenn die Hühner einfach da hinlaufen würden, wo man hin aimt. Mit so einer Action-Game einfach an den Kopf geschnallt. Wir hocken da auf unserem... Mit Sprengstock dran. Ich geh, ich geh, ich geh in Apartments. Ich bin in Apartments drin. Ich geh vor. Ich glaube, da hüpft einer hoch zu mir. Der ist gerade auf dem Car. Oh, mit Apartments, f*** ich doch. Scheiße. Nein, ich will die Bombe. Yeah, just for you. Was für ein f***, Frosch. Anstatt nur gleich mal mitzunehmen. Nice, nice, nice. Das ist sehr schön. Ein auf zwei. Das ist ein. Das ist Purple jetzt nicht fast zu. Alter, mach nichts. Oh Gott, der macht das doch nicht. Nice, nice, nice. Time for reps. Oh, na klar, nice. Pass auf, der kommt bestimmt Mitte. Ah, nee. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott, scheiße. Purple ist Yard. Nee, nee, der schafft es, der schafft es. Das ist der, der rummeckert. Wer meckert, kann er auch. Muss er austeilen können. Guck mal, wie er sich aufregt. Der knapp daneben. Wir haben sogar ein Deitsche bei uns. Purple hat das schon gut gemacht. Er darf auch in Zukunft vorsichtig weitermeckern, aber nicht hart. Sonst rasch ich aus. Das ist unser kleines Meckerbärchen. Oh, nein. Warum hast du mein AVP? Oh, was hast du gemacht? Gott, du. Das macht gar nichts von ihm. Okay, er ist damit einverstanden. Vorsicht, hast du die Bombe. Nicht, dass er wieder fissig wird, weiß ich. Ingenieur, der Bunkett. Da hat direkt eine Flash rein. So, Alter, jetzt wissen sie nicht, wo oben und unten ist. Die sind gefickt, Mann. Oh, Moment. Nein, das ist rechts. Rechts. Ja, Mann, geil. Hey, looks good. One bit alarm. No shot, no shot. Nice. One, one is balcony. Attention pepper balcony. One is in apartments. Alter, wer flasht das denn hier? Ist das grad Team Flash Eigenbeschuss? Fuck, Mann. Ich geh über long. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Nein, 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 nein. Ich war nicht auf dem Ausbett. Low HP mid. Central HP left on mid. Oh, Gott, noch sieben HP. Ich bin auf dem Tisch und nicht auf dem Ausbett. Wie bin das? Hat er in dem Schott. Tag 9, maybe. Perp, perp. Er sagt jetzt, no! Der ist so sozial, Mann. Der geht jeden Tag ins Sozialkaufhaus. Ja, wir können versuchen. Thank you. Oh, okay, ich mag ihn jetzt noch viel mehr als die ganze Zeit, weil der hat mir auch was gedoppt. Was hat er so am... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne, du... Oh, hey, dude. Kannst du dich durchdrücken? Nice Oh shit, ich hätte dich fast umgebracht, oh Gott Nice Oh Gott Hier ist Church Man ist Church Orange Gott, auf mir bitte nicht vom Scout, oh man Oh Gott, Mann Ist das da? Nein Eine andere Stadt, eine Church Hat er sich keine Pistel gekauft? Er kauft uns allen einen Tags, aber sich selbst nicht, gut Och, ich hab so schwach gespielt eben mit der Orb, schade Zumindest war nicht ganz so schlecht für eine E-Core Das stimmt, das stimmt, aber die Runde davor war auch ihre E-Core, die haben sie geholt Ja, das ist wohl wahr Aber dennoch, wir müssen für die Runde leben und die war gut Also, mit Ich denke mit einem Attack hätte er zumindest diesen vorletzten noch killen können Und dann vielleicht noch mit Luck Mit einer aufgehobenen Waffe den letzten Und mit Lock ist natürlich Wäre schlechter als recht Ich geh so krass auf der Arm, was man überwacht Ich pushe hier durch Ich guck kurz hier Oh, sorry Fuck, sorry Was ist da? Was ist da? Ich glaube nicht, ich bin sicher Kommt, der macht das Wie der? Ah, ne, ok Ich dachte, er ist... Ah, ich lebe es noch Der Mate geht scheinbar B Der Mate geht scheinbar B Macht er das? Einer ist im Fuchsbau drin Vielleicht kannst du ihn oben raus klatschen, wenn er jetzt auf Secondary steht Wo ist der mit oder was? Das ist, äh, Fuchsbau war der eben Vielleicht ist er noch drin, ein Fuchsbau, wer weiß Alles schocken Ich will die Bombe nehmen, ne? Mhm Aber von der Zeit erreicht er eh nicht mehr Also du kannst auch safen Zwölf Sekunden noch Das ist ja eigentlich schlecht Schade, man Und die ganze Map knackt Ja, schade, schade Okay Okay Also er will Force B machen Bin ich dabei Ich hole die um Hat er... Okay, doch nicht auf B Hab ich voll verstanden Habe sich ja auch Banane verstanden Also, beziehungsweise B, ne? Ja Blau ist noch auf K Oder... Ah, er kommt Okay Okay, ja, ich muss jetzt gucken wo er ist Also er ist schon drin Vorsicht, nicht erschrecken Das... Ich hab ihn ja deswegen eben angeschossen Nice Komm, lass den durchpushen Alle holzen drauf Okay, ich hab ihn mit Okay, ich hab ihn mit Okay, ich hab ihn mit Ja Ich hab ihn mit Mit ist mit Mit ist da Okay, jetzt geht's Ich bin sowas von no-ger, ne? 1 1 2 mit Kast, da hier, da kann er da. No-ded. Blank ihn. Ich hab' die 1 in der Baum. Oh, das ist ein Problem. Sieht gut aus. Ich verstein mich direkt an den Spot. Und chillen. Ich hab' überlegt, was ist alles. Oh Gott, da ist das die Gisela. Oh, nice one. Das war edel. Da kann ich grad mal so pflanzschlagerisch. Zum zelebrieren. Ja, okay. So muss das sein. Okay, okay, okay. Mal gucken, was unser Meister jetzt ansagt. They're low, but my FPS is lower. Das Spiel doch trotzdem ganz gut. Immerhin unser Top-Handswurst. Läuft. Naja, okay. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie diese Folge bei euch ankommen wird. Kind allein. Also, ihr habt jetzt... Also, es haben bestimmt schon 30 verschiedene Leute an extrem oft liegenden Punkten gefragt, wann und... Also, ob und wann ich jetzt mal hier mit Schmelke am Stück... Ist er down auf Banana? Komme ich dazu? Nice. Und... Und... Okay. Oh, shit, shit, shit. Ja. Jetzt... Macht es nach. Ist es nur einer? Oder es ist zwei? Maybe two, CT. Boah, da rennt du mich, oh Gott! Check, Church. No scope, ey. Voll glücklich. Check. Ja, ist Church. Ich geh Church. Scheiße. Schalt, schalt Church. Er gibt mir noch einen Lucky Hatter, dieses Dreckschwein. Lass mal'n Church. Gute Idee. Ey, das gibt's nicht. Ich wollte ihn von hinten ganz genüsslich ficken. Und was macht er? Er... Ich treffe ihn erst nicht. Dann kommt er zurück und schießt mir einen One-Click in die Fresse. 208 in eins. Ist ja wahnsinnig. Bitte. Thanks. Well done. Ich kann auch loben. Das ist schon nicht schlecht, aber ich bin gestorben. Das war nicht well, weißt du? Das war nicht well. Ich werde jetzt auf Sekte mit einen wegnudeln. Und zwar mit der... Oh. Komm her. Haha. Springt da rum. Okay. Nice. Okay. Nice, man. Die haben wir jetzt aber fett verarscht. Hehehe. So weit, so gut. Ich werde long stehen bleiben. I stay long. Äh, banana. Wollen wir erst mal mit? Der schießt auf meinen Huhn. Ist der blöd? Gerda, versteck dich. Wie sie hochgerannt kommt. Ich komm zu dir, Fati. Oh, nice, man. Richtig edel. Und sie lebt. Sie lebt. Komm mit, Gerda. Krass. Sie lebt schon Jahrzehnte. Bühne Pissewache. So ein Mäuse... Ich mein... Rattenmörder. So ein Hühnermörder. Das ist ja abnormal. Einfach die Gisela getötet. Ohne Grund. Die wahre Gisela. Just without ground. Und... Without a train. Ohne jeglichen Zug. Haftigkeit. Schie. Ach komm, ich geh da mit. Scheiss dort. Geh hoch und versuch noch kurz was wegzuschneiden. Mittag. Boom, boom. Oh mein Gott, sorry. Ohne. 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 Okay, mein Mäte ist wieder bei Apartments drin. Vielleicht können wir da was reißen. ich habe einen Schein bei B gehen 1 ist er weg, war das die Opfer? Ich glaube der ist schon tot, er ist vielleicht auch nicht tot Oli hinten, Flasher nochmal short, Flasher short Was, B3, was labert der? Ganz gut, nice Ruhig Achso, was ist die Op, was ist die Op, Gott, Ruhig Ja, wir haben noch einen Ich warte mal die Augen, ich glaube die bringen mir irgendwie Glück Zumindest war das eben echt, das hätte ich eigentlich nicht gewinnen dürfen Das ist ein Firefight mit dem Und dann sogar noch, war ich eingesucht? Ich weiß gar nicht Ich bin uneingesucht nämlich immer Ultra Bad mit dem Teil Wenn ich anfange hier mit so dr 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 qu Feuerstoße zu generieren Die Stubub lesen So, ich geh instant mal in Apportments Oder Warte Schieben wir ihn aber einfach in der Pappens Ich glaube, die haben einen Forst gemacht Ja, also auf jeden Fall Also das waren zwei Deagles, die uns hier begrüßt haben Ah, du bist ja dahinten, pass Einer ist long, zwei sind long Was ich mache, fragt er mich Und er rennt da vorne rein, verreckt Der verschissende Vollidiot Gibt's doch nicht Das ist echt so'n richtiger Huson, Mann Ich meine, er muss jetzt halt, er muss es eigentlich nicht so raushängen lassen, dass seine Mutter wahrscheinlich gerade aktuell anschaffen geht So'n bissl kann man's gerne machen, aber er ist echt ultra am übertreiben, wahrscheinlich ist sein Dad auch am Start Fuck die Ich geh jetzt mit der P90 in den Laps rein Jo, ich komm mit, ich bin behind you Wer hat denn die Bombe? Ah, helbler, ah, 40 Sekunden, Hans-Wurst, Auszeit, okay Alle wissen die nicht, dass wir hier gerade aufnehmen und keine Kratz reinmachen wollen Gell, sind die, sind die, du musst doch Zeit machen oder was Aber wir können gleich kurz zu den nächsten 20 Sekunden über unseren Cup reden Ja, stimmt Wir könnten natürlich Sie können nicht gewinnen Was, sie können nicht gewinnen Das war schön Keine Ahnung Ist nicht verstanden Ähm, ja, genau Wir haben da möglicherweise einen Cup bei Skin Baron in Sicht Aber, äh, wir können, ja Nächste Wochenende wär das da, ne Der Start Für uns Genau Das ist so einer der Der ist wirklich, der ist richtig im Spiel tief Tief, tief Integriert Ist ja auch nicht schlecht so jemanden zu haben Aber, dass er dann gleichzeitig halt, also Eltern mit so einem, mit so einem Berufsstand haben muss Ist halt schon abgefuckt Das ist belastend Das ist schon belastend, ne So Leute hab ich eigentlich nicht gerne in meinem Team Moment Smoke I am throwing smoke Da wird da einfach gefickt Shot, nicht Shot Ja, da war einfach noch einer Das waren zwei auf Short Geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Rein, rein vom Platz gesehen? Ah, fast 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 Lügen Ich gehe in den Appartements Einer ist teppig Schade, dass er doch nicht da war Ich bin gesmoked Ich komme zu euch runter Dann können wir bei Shot gehen Ey, Shot ist bestimmt leer Ich gehe hier oben auf dem Balken, da ist einer Flasher Unspot Einer ist unten in der Bühne One hit At least one, maybe two Ah Scheiße, Mann Yard, vielleicht Ligern 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 Ich denke Ligern 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 Wow Purple, du sah ihn, Mann Wtf 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 Bentley Sight Should ... metaphor Du Ell Er ist geschmód Ich habe mir jetzt ein paar Sachen angeschaut Er spielt schon gut Aber, weißt du, die Bombe liegt in der Vortats raus und geht zur Library und will den killen, der in Library, ne? Und dann, vorhin ist er gestorben, deswegen haben wir die Runde dann, also nicht nur wegen ihm, aber gerade weil er so gut ist, alle doch lieber alive bleiben und die Gegner killen, wenn sie versuchen, sich die Felsen. Ich guck jetzt mal auf der nächste... Yes. Vielleicht eine Minute. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, dass er kommen wird. Eine Banane. Eine Banane. Okay, fast! Fast! Fast und furios! Es ist nur noch einer, hä? Hat der gerade eben viele Leute gekillt? Ah, ich habe einen auch gekillt. Pass auf, er sagt fast, jetzt kriegen wir weiter in die Nuss geschossen. Und dann greint er, dann greint er, ne? Das gab's doch nicht. Mach schon sein, dass er vom ganz kill gut ist, aber ich find's... Er ist noch mal dazu, auf das Team so irgendwie, weißt du, zu pushen und so, und da machst du ja genau das Gegenteil. Er ist ja jetzt richtig gut, also auch Teamqualifizität, ist er schon gerade on point, aber wenn's halt schlecht läuft, wie wir schon gesagt haben, dann sieht man, wie die Leute wirklich sind. Und dann merkt man halt, wer ein Bastard ist und wer... Guck mal, warum geht der denn jetzt dran? Ich bin so Low-HP. Bitte mach sowas nicht, Alter. Oh, der wird doch jetzt nicht wegrennen, der CT. Ich dachte, der ist vielleicht noch close, ich werd sowas nicht direkt... Scheiße, äh, die Weihnachtsgarten, haha, egal, warum Punkte... Naja, auf jeden Fall, ihm war ja gut, äh, als wir da beide... Ja, also der ganz kill ist, ähm... Ja. Ich denk, da hat keiner was für hier, ihn ganz kill auszusetzen, aber... Genau. Ja, ich mein noch von seinem, von sein, äh, ne? Von der Menschlichkeit her war er eben richtig nice. Aber die Rund davor oder davor... Die... 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 Was du brauchst? I am throwing smoke. I don't see for you, YouTube, yeah. Okay. Ich weiß, ich hatte einen Sleep, ich bin ein YouTuber-Sindor. Ich bin blind. Der Boom-Geld. Ich habe smoke, City. Nächster Spot. Ich habe smoke, ja, es ist gesmolten, nice. Einer ist hier oben drauf, oben, oben links. Er ist wieder runtergesprungen. City, City. Ich habe noch einen Heller gefressen. Gibt's das? Church. Die haben gestrackt hier. Darf das wahr sein? Das ist ein Purple, das ist ein Charter-Farum. Wir liegen was faken. Und Church. Long roll up. Geil, Mann. Well done. Well done. We're done. Er ist der Letzte, der Umfeld sagt, Leute. Hat er mich halt gewegen was gefragt? Ich weiß nicht, warum, warum du ihn pushst? Wen er jetzt angesprochen hat, weiß ich nicht. After Plant, ich weiß gar nicht, wer gepusht hat. Ja. Naja, wer braucht einen AVP. Vielleicht. Nope. Naja, wahrscheinlich hat irgendeiner, ist irgendeiner durchgepimmelt. Ich hab so widerlich noch in die Fresse geschossen bekommen. Durch die Smoke von dem City Kerl, der dich da so irgendwie weggenatzt hat. Hätte mich fast auch noch weggelohlt, der... Der Doomkopf. Ich geh jetzt, sollen wir wieder B versuchen, oder... Na, ich geh mal kurz Richtung A. Wir machen eh langsam. Die Mates waren noch am Spawn, haben Waffen getauscht. All Apartments. All City Apartments. Ah, Gott. 27. Still Apartments. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Also ich hab dem 27 gegeben, dem anderen. Einer ist unter der HP. Der letzte war direkt rechts, äh... Nice. Der letzte war direkt auf der Bombe gesessen. Und der letzte war direkt auf der Bombe gesessen. Nice. Das war edel. Ja, Mann, geil. Ich hab so Glück gehabt, dass er einfach in die andere Richtung geguckt hat. Das war nice, Mann. Das war richtig nice. Schick, Dude. Schick. Schickalackig. Okay. Ich geh B. Ich geh B. Ich geh B. Ich dachte schon, er sagt auch B. Ja, ich auch. Vor allem er, der Stratege. Okay, machen wir ein Double-Nate? Ja, Double-Nate. Ja, Double-Nate. Gut, gut, gut. Also, die auf B. Unpossible, dass man da durchkommt, Alter. Du kannst Fanatic vorbeischicken, du geht gar nichts. Du kannst vorbeischicke Winde wild, Mann. Du kannst zwei Fanatics vorbeischicken, Alter. No fucking chance. Ich brauche ihn, Mann, ey. Grenade. Ein simple Klon. Oh, 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 oh. Oh, 14 HP. Wer kommt? One Blender. Was hab ich gesagt? Das waren aber immer auf fünf Fanatics. Darf ich nicht vergessen. Ja. Oh, Mann, ey. Ich hab alle, wie, wie alle fünf angefragt mit der Nate, ne? Alle fünf. Scheiße, scheiße, Mann. Schade. Egal, das haben sie... Gott, wo schießt der denn hin? Na also. Oh, one charge. One on one. Spot is down. Oh Gott, one on one. Bitte nicht. Eben waren es nur noch 80 Stück, oder? Oh. Das jetzt bitte. Left, left, oh Gott. Es läuft wie ein Wal raus, der Kerl. Scheiße. Das darf nicht wahr sein, oder? War es echt komplett leer, seine Waffe? Komplett? Weiß ich nicht. Ich kann's mir nicht vorstellen. Er hat doch erst nachgeladen. Oder war halt. Oder hat er insgesamt nicht mehr viel gehabt. Ja. Scheiße, Mann. Egal. Nochmal ein Nate? Double Nate? Weiß nicht. Machen wir die Full-Eco, oder? Achso, ich hab jetzt eine gekauft. Ja. Habe ich auch eine. Nicely nice. Na, die Cash-Verteilung hält sich ja in Grenzen. Obwohl, naja. Okay. Mittel. Mittel. Was aber jetzt, wenn sie gebömst, Alter. Oh, die schmeißen auch wieder. Oh, die schmeißen auch wieder. Probably be a gun. One big. Yeah. Was? Gibt's das? Oh Mann. Ich, ich hab ihm einen Header gegeben mit der, also es schien, es hat sich angehört wie ein Header mit 44 in 1. Wie, was ist das für ein Headshot, bitteschön? Bist du Ohrläppchen oder so getroffen? Voll lächerlich, Mann. Da steht ja zu viel Ohrenschmalz im Ohrläppchen drin, deswegen nur 44. Irgendwie scheiße Onspot zu stehen, weil die vorne in diesem Headlip sein können. Das riecht's wirklich. Ja, Onspot dann ist das Kacke. Das stimmt, wenn man, also wenn, dann muss man sich Onspot verstecken, dass sie auch drauf kommen. Naja, genau. Und ich hab gesehen, dass du noch gefeiert hast und ich dachte, ich muss mit unterstützen und ich warten bis du tot bist. Hätte eines angesprungen gekommen und hat uns scheinbar nicht gesehen. Und ich hab, ich hab ihm einen Header noch gedrückt und er hat aber nichts gebacken bekommen. Und, äh, ja. Was ist jetzt wieder los? Das ist der größte Kotzreiz, wenn man zwei, dreimal auf einer Pose verloren hat, dann meinen sie, sie müssen alle dahin rotieren. Das ist eine richtige Bastarde. One B. Blau, helf mir bitte! Blau! Nein! Nice. Bomb down B. One up. Watch out. Bomb is down on B. Versuch uns zu rotieren, wenn du das irgendwie schaffst. Bomb is bei uns down. Oh, fuck. Inside Absalom. The fuck. You hear them? Why you take the risk? Glaubst du, der kommt hierher und fickt mir direkt den Kopf? Keine Ahnung. Das wäre eine Schweinerei. Ich muss gucken, ich muss auch gucken können, ne, dass der andere von hinten geholt wird. Okay. Stay. Just stay. Okay. Bandrad Banane. Scheiße, wie ich jetzt stehe. Ich wäre gerne auf dem Spot geblieben. So ist es so extrem kurz, Range. Wenn du jetzt weggehst, dann f*** dich, Purple, auseinander. Ah ja. Warum gehst du da? Ich sagte, du bleibst. Kann ich wieder B gehen, bitte? Kannst du nicht flashen? Oh, fuck. Ich habe keinen Flash. Nein, kann ich nicht. Ich kann Molly schmeißen. Naja, passt schon, passt schon. Ich schmeiß ihn ziemlich nah vor. Ne, halt. Sonst bist du ja am schniedeln. Ich guck mal, wie es läuft bei dir. ABP-Meet. Bei deiner ist klar. Oh, steppt da nicht einer? Ah, nice. One more OP. I don't hold anymore. Wir haben uns direkt nicht mehr vertraut. Okay. Alle Mann auf B. Leute. Scheiße, wir müssen rotieren. Sie haben einen halben Mann gesehen. Fuck. Ach ja. Okay, wir können rotieren. Soll ich bleiben kurz, oder? Ja. Ja, versuchen wir mal. Wenn wir zu dritt auf A sind, dann passt das ja noch. Ja. Also ich meine auch, ich habe einen Banane noch gehört, wie wir da sich angepeult haben. Okay, ich werde rotieren. Wie sieht es bei dir aus? Alles gut. Ich halte gerade Banane von Dark aus. Ach, scheiße. Ich rotiere wieder zurück. Ich habe A. Okay. Na, SA. Was ist da? Oh, fuck. One Apartment. Hätten noch 70 AP left. Genau da hat er geguckt in der Tür. Guck mal. Guck mal. Oh Gott, die können uns doch nicht in der Kaufrunde so zerstören, die Pisser. Weiß schon, wo war das Problem? Auf A. Ich glaube, nächste Runde müssen wir beide mal auf A. Ich bin jetzt P90 und werde mich direkt an die Sanddecke stellen. Und ich hoffe, dass ich da was wegklatschen kann, falls sie dann gepusht kommen. Du siehst es ja rechtzeitig. Hast du einen Nate für Double Nate? Oder ist es zurzeit aufwendig eine Double Nate? Ich habe alles. Ich habe einen Bananen. Ja. Was für ein... Scheiße, Mann. Ja. Ich geh lieber mit dem mit. Genau, wie du auch war. Zwei AWP auf B. Ah, da ist noch eine Out. Ich merke schon, Orange stirbt gleich. Hm. Oder auch nicht. Ich schieb vor eine Banane. Ich versuche mal die Akra zu holen. Scheiße, Mann. Jetzt ist er gegangen. Ich dachte, ich habe die ganze Deckung von der AWP. Jetzt... Pff. 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 Ich bin hier die ganze Zeit völlig unbeteiligt im Spiel. Ich bin hier gestern. Ich bin hier gestern. Ich bin hier gestern. Ich bin hier gestern. Pff. 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 Ich war geflasht, wie räudig. Homo ist On-Spot-Attention. Gott! Wie sieht's mit Geld aus? Nice. War der Pit? Ich weiß es nicht genau. Er ist On-Spot, er ist On-Spot. Er ist echt gut unterwegs. Der Flixer, dieser... Käse. Knapp daneben hat er abgebaut. Gute Flix am Start. Endlich wieder in 4-Time. Oh, es hat nicht für The Molly gereicht. Scheißen Dreck. Dann hat man ein Flash, kann man was heißen. Ja, es ist echt jedes Mal so. Oder oft so. Dass wir einfach unterbrochen werden in unserer krassen Abfolge, weil irgendjemand reinquarkt. Ich will aber auch dahin gehen. Jetzt sind wir auf dem Garage, wenn er beide auf A wollen. Und irgendeine Geburt einfach mit auf A geht. Achtung, eine Freundschafts-Anfrage der Pisser. Die Mods-Passe. F***! Nein! Oh Gott! 3 AP! Er kommt echt durch. Ah, ich hab keinen Molly gehofft. Ich hab keinen Molly gehofft. Ich schieb mal rüber. Gott, ich bin so beschädigt. Ich hab keinen Bock auf. Ich hab keinen Bock auf. Ich hab keinen Bock auf. Okay, nice, nice, nice. Ist schonmal gut. Ich hab keinen Bock auf. Ich hab keinen Bock auf. Okay, da ist der Banana. Und der ist... Sonnenbauer. Näh, näh. Oh mein Gott! Nein, Blau geh nicht ran! Come back, Blue. Im Ultramar-Spiel. Oh Gott! Du weißt, der wär jetzt verreckt und dann wär ich richtig dran gewesen, ey. Weißt du, und dann ausgerechnet bei dir, wo er als einzigster Safe gespielt hat, hätten dann ein Oh mein Gott! Ja, genau, genau. Und die Würste-Rennereien in den letzten. Anstatt die mal zur Bombe kommen zu lassen. Wo lag die Second-Mitte? Da Appel-Mitte? Oder sowas. Und die gehen runter auf Banana und wollen den ficken. Du Batze. Nur Scheiße. 1-11. Richtig. Heilige Scheiße. Mhm. Aber ich denk, jetzt haben sie eh Eko, wie er schon sagt. Die pfuschen jetzt. Oh Mensch, lauf! So, jetzt war ich vorbereitet. Ei! Okay. Guck, wie er blau direkt verschiebt. Killgeil, wie er ist. Kommt dann mal hier rüber. Oh, Monsieur. Second-Mite. Fleisch mit. Oh, one is middle with up. Attention. Just don't pick. God! What's wrong with up? What's wrong with up? He denied Kartoffelbrei. Weißt du, ich dachte alle Eko. Und er hat ein ABB in der Hand. What? No face. Ripper, I take attention. Maybe you can get him from behind. Er ist in Fussball. Oh, yes, yes. Oh, yes, yes. Okay, good, good, good. Cool. Cool. Okay, thanks. Do you need to drop? M4? Wait, wait. Okay. Da, 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 da. The Adam's family. Come on, come on. Ja. Ich hatte jetzt halt diese coole. Coole MP. Funtern dürfen nicht. Ja. Ich denke jetzt, ja. Glaubst du, sie machen nochmal eine Hardcore? Hardcore. Wurstrunde. Alter, diese Gegen-Mates. Haken wir mal. Wie sieht der aus, Mates? 760. Keck einer. Ich denke, einer steht wieder mit der Mitte bei Fuchsbau und aimt hoch zu euch mit der Upper mit. Obwohl die können ja gar keine Aup mehr haben jetzt. Haken. Doch, dein. Ich riske lieber mal lieber nichts und... Spiel safe. Grenade auf. 2. Minute, Rad. Scheiße, was macht denn... Warum steht ein Publisher wieder so weit vorne? Oh, wer ist denn? 2. Minute, 2 Aups. Okay. Glaubst du, es wird 100 pro A? Not only one. I don't know, wo rest. Da muss ich mal hin. Gott. Da hätte er gegeben direkt. Der Wüstenfuchs. Erwin. Hm. Die Stille. Ist bei euch alles komplett clear? Keine Steps? Ja, ja. Kann sein. Ja, ja. Kann sein. We should go for the guns. We have cash. We have cash, weißt du? Wir aimen so die T-Stairs ab und plötzlich sind wir vom Fuchsbau so blup zum Kopf hoch. Hehehe. Doofenmusch. Doofenmusch. Duftkloppe. Nice, man. Ah. Ja, ja, ja. Ich vergleiche im Rollerheim, wenn wir das gewonnen haben. 13-11. Das machen wir doch mal sowas von locker jetzt. Orange braucht manchmal so ewig. Was macht der denn immer? Blue wollte schon zu mir schieben. Ich bin ja sicher, dass wir jetzt langsam wieder pushen, ne? Ah jo, da push schon der Erste. So sieht es nämlich aus. Nein. Fuck, man. Die wollte nicht aus meiner Hand fallen. Blöde AK. Bombenade. Scheiße. Diesmal beinander. Nice. Er hat einfach durchgesmogen. Ah. Nein. Ich hab die vielleicht schon da an. Oh Gott, der ist weg. Mobby? Ne, ne. Die haben es im Griff. Den hat er bestimmt. Ich bin saudumm gestorben. Also ich... Der Mate ist schon wieder. Oh. Okay. Fuck. Einer ist mit, wie es aussieht. Ah, das ist ja du. Okay. Guck's mal. Okay. Second. 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 Der hat zum Glück tot. Hat der schon die Bombe mit? Oh ja. Der hat sie echt schon aufgepickt. Echt. Oh. Well done. Kann ich mitgekriegt, dass er den getötet hat schon? Ja. Ich glaube ich stand auf dem Spot. Der kommt eigentlich. Direkt nach dem Planten ist sein Kopf in Feuer aufgegangen. Total ahnungslos. So Orange, jetzt kommst du direkt mit, gell? Der Drecksack. Kennt doch wieder da alleine anzustehen. Nackt. Ich bin auch schon auf den Render-Vorgang gespannt, wie lange der dauern wird und die Upload-Geschichte. Aber alles in allem ist echt edel, weil es so extrem wenig Aufwand ist. Die umgeschnittene Geschichte. Ich bin schon bereit. Das macht mir auf lange. So. Easygar ist am Start. Ich kann auch nehm viel. Damit ich einfach mal drehe. Nein, das ist noch nicht. Okay. Komm. Komm. Ich versuche von hinten ranzurotieren. Es sind noch alle 5 alive. Kann gut sein, dass die nicht zwingend da gehen. Doch, auf jeden Fall. Warte mal. Mike, ist da. Die haben E-Q. Okay, das ist der weiße. Das war der Stammer gewohnt. Der Fossicht. Der letzte, vielleicht bit. Ja, bit, bit. Mate, kill ihn bitte. Mate, was machst du? Mate, warum stehst du da oben? Mach es nicht, oh Gott! Was hat der? Ach, das ist ja der, hat so eine verschissene Tech-9 nachgeladen, aah. Ah, bitter, ne? Ich habe so oft, ich weiß nicht, ich stehe da und denke, okay, ich habe selbst nicht mehr viel Munition, ist er eben viel gemacht? Scheiße, Mann. Okay, dann lass uns runter. Easy, b-dynamic, squeezy. Thanks a lot. Ich kann dir einen P90 oder so. Ja, das hat... Ah, noch eine M4, geil Mann, nice. Sehr schön, sehr schön, das ist wichtig. Das ist ja eigentlich der letzte Runde, der Kerl ist nach wie vor ultrareich. Oh f***. Knapp daneben hat es doch voll getroffen, f***. Scheiße, was ist denn jetzt los? Ja, wer ist das? Ich habe ein paar Sekunden mit. Ich werde es bleiben. Ein mit. 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 Mist. Da masses teammates machte ich. Ein mit. So weh, wir sind nicht imig. Und fuck, wir sind die Op. Auerfer Veins hat das noch... Das war so wichtig, krass nice. Kerl 차pe, man. Good Job, man. Keix. Oh, edel man. Das war grad so hell, der Hinterkund, somit ich nicht sehen konnte, wer wen gekillt hat. das war echt war echt nice so was anderes so schön fokussiert und wirklich mit system zum gewinnen das wir zeigen euch heute wie man mit system ist es schon behindert oder was molchi der molch aber so heißt ganz klar aber komme wie viel deutsch hier sind knapp daneben molchi der molch der fuchs zumindest deutsche namen wir zwei noch also scheinbar ist auf den oberen rängen ziemlich viel deutsches gemüse unterwegs nun ja gut wir haben jetzt hier 50 minuten exakt ich würde sagen vielen dank fürs mitspielen und ich hoffe dass ich bin gespannt auf euer feedback schreibt einfach in die kommentare wie es euch gefällt und gebt eben die daumen dementsprechend wie ihr diese ungeschnittenen folgen findet ja viele von euch haben danach gefragt ja wollen du hast die letzten worte bitteschön vielen dank dass ich dabei sein konnte dann wünsche ich euch einen schönen resttag oder bis zum nächsten mal